Hier in Karlsruhe auf dem Fest, da gibt es eigentlich nur einen richtigen Special Guest, den man holen kann und das ist natürlich Max Kiesinger. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du hast gesagt, ich bin dabei, aber nur Max Kiesinger. Nur wenn heute Michael Schulte 18 Millionen tausend Mal singt. So viel passiert, dass wir dich verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? So laut ihr könnt! Einer von 18 Millionen! Max Kiesinger! Ach du meine Güte! Es ist einfach immer wieder das geilste Konzert, was man in ganz Deutschland spielen kann. Ohne Scheiß!